so W-w-wann weiß man eigentlich wann es los geht? Ach wenn die Leiste oben zu Ende ist? Mhm, genau. Oh scheiß Snooppe, was kannst du eigentlich? Du musst mal wissen was los geht. Oh ja 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 ja, ich hab, oh. Ich hab ne Eisenhaube und zwei Goldschwerter. Zwei Goldschwerter hab ich. Alter! Dat Loot! Dat Loot! Wo bist du? Hier, hier, hier. Ich hab, Alter, ich hab übelsten Loot. Nice, Alter, ich hab nur einen Kettenhelm, aber sonst geht's eigentlich. Okay, ich hab... Was denn für guten Loot? Äh, Schwerter, Schwerter, hier. Ich hab ein Deutschwert für dich. Achso, okay. Ne, dann ist es okay. Ich hab, äh, nen Helm. Ich hab einen Diamanten. Ich hab einen Diamanten. Äh, na egal, ich hab... Viel Essen. Nur lass es direkt töten gehen. Also wenn wir Diamanten finden, sofort zur Walkbench gehen. Walkbench? Weil ich hab nämlich, ja, ich hab nämlich nen Diamanten. Also... Bis jetzt bringt das natürlich noch nichts, aber... Gut, wenn ich... Wenn ich mich gut anstelle, der könnte ich natürlich wie ein Shuriken werfen, aber... Ne, ne. Shuriken. Da ist einer, der hat kein Schwert. Okay, okay. Nice. Nice. Okay, ich hab, äh, zwei... Ja, zwei... Ja, zwei... Äh, zwei Rosenfleisch. Mehr nicht. Achso, ja, ich hab... Wenn du was brauchst, ich kann die gleich geben. Jetzt gar nichts ist... Und jetzt geht's nur. Kiste, äh... Weizen... Okay. Und Brot. Ich hab vier Brot. Ich geb dir das mal. Ja. Okay. Ja. Boah, geil. Bei mir... Hä? Irgendwie läuft das auf dem Server viel besser als auf den anderen Server. Kann das sein? Ja. Die scheinen auch nicht so ein Limit von Spielern zu haben, dass die auf einmal irgendwelche Kicken einfach bei anderen Scheiß-Geldzahler einfach draufkommen. Einmal das und irgendwie sind die vom Skill-Ramp ein bisschen... Jo. Ey, diese Stelle kommt mir irgendwie bekannt vor aus deinem Video. Hm. Flashback. Déjà-vu. Da sind welche. Ist das nicht, ist das... Ah. Draufgehen, draufgehen. Pass auf, das findet sich gegenseitig stark. Jaja, klar. Alter. Komm her, Alter, komm her. Ich hab ihn getroffen. Ja, absolut. Nice. Was hat er, äh... Äh, da liegt noch was im Wasser. Oh, okay. Der hat einen Kompass. Nice. Ich hab einen Kompass. Nehme ich gleich mal eine Quick. Noch ein Holzschwert. So. Äh, wir können... Ich könnte mir gleich noch Boote craften. Ich hab jedenfalls schon ein bisschen mehr Rüstung. Hier ist nichts. So, ne. Newsplayer annusiert. Oh, krass. Ey, da hinten, da hinten, hinten. Was, was? Okay. Ich bin so blit, natürlich. Es sind noch 17 Alive. Das müssen wir ändern. Yeah. So. So epische Musik. Das ist nicht episch, aber egal. So. Ja. Ja, weiß. Ich dachte, hier wäre noch einer drin. Da hab ich verguckt. Ich hab irgendwie grad gedacht, da wäre noch einer drin gewesen. Äh, ich hab ne... Ich hab ne... Ich hab ne Eisenhose. Ich hab sechs Weizen. Ist hier ne... Lederhands. Äh, Haken. Da hin kommt einer. Oh, okay. Ich hab nen Bogen für dich, falls du brauchst. Ja, ja. Gp, 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 Gp. Warte, 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 wir hier. Nice, nice. So, ich weiß nicht, ob... Ich hab jetzt überhaupt nicht durchgelesen, was in Archer kann. Äh, wahrscheinlich Falle schießen. Ja. Ich hab nur drei Stück. Fletch. Äh, was... Irgendwie... Sagt man das was? Aber irgendwie auch nicht. Hm. Vielleicht brauchst du für einen speziellen Bogen. Naja, das wär zu kompliziert, glaub ich. Ja. Ich hab vorhin welche gesehen, aber wo sind die jetzt hin? Stimmt, das würden Kitties nicht verstehen, ja. Dann müssen wir wahrscheinlich in den Schnee reinlaufen, ne? Hm. Hehehehe. Wuhuhuhuhuhuhuhuhuhuh. Winkie! WTF? Äh, wo sind die hin? Ah, ah, kissen. Ah, kissen, kissen. Ah. Behind you. Was? Ah, ah. Da ist doch keiner. Don't look at me. Ah, das bist du. Oh, Bogen. Äh, Bogen sag ich schon. Äh, ne Angel. Die kommt erstmal dahin. So. Oh, ich hab nen neuen, äh, Arrow bekommen. Krass. Ach, und äh, Supply Dings da. Ist hier jetzt eigentlich irgendwo ne Workbench mal? Ich brauch mal ne Workbench. Äh, die Deep Freeze ist so ziemlich nah. Und ich hör sogar schon. Oder ist das mein Rauschen? Ach, geil. Das ist dein Rauschen. Kann man die Pilze eigentlich mitnehmen? Nein. Ne leider nicht. Hätte ich aber auch gern gemacht. Äh, Brot. Brauch ich mal. Aber da sind auch noch paar andere, die gut dabei sind. Ja. So, ach komm. Komm. So, komm mal mit. Hm. Haube. Das einzige was jetzt nice wäre wäre dann halt, äh, hast du ne Hose? Äh, ja. Lederhose. Oh. Hier. Lederhosen. Kettenhaube. Goldharnisch. Oh, nice. Äh, aha. Danke. Ja. Gern geschehen. Ähm, das hast du glaube ich schon alles? Ja, das hast du. Ich hab eigentlich... Was bringt eigentlich ein Haken? Haken? Keine Ahnung. Also hier... Ich meine jetzt hier in Survival Games. Ja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ja, ich weiß auch was die Insignalplayer bedeuten, aber... Multipli hab ich auch keine Ahnung. Also... Games. So, vielleicht hier noch irgendwas... Wow. So, die Barrikade ist natürlich offensichtlich, aber... Lederstiefel... Ah, eine Steinax. Steinax. Macht aber auch nicht mehr Schaden. Ne, macht nicht mehr viel mehr als mein Goldschwert. Äh, hast du eine Hose an? Ja. So, sieht man nicht wie gar nicht. Eisenhose. Ritter. Ah, der Knight. Warte mal, wo ist jetzt... Ach, da hinten, okay. Dann lass mal in die Richtung gehen. Irgendwie stirbt keiner, weil ich sehe... Ich sehe aber auch hühlig, ich bin mir nie ein mehr. Vor der Stimme hat gerade ein bisschen abgekackt, aber... Noch ging's. Na, nicht so. Ist aber nicht an mir dann, ne? Ne, im Zweifel zweifel... Da hinten ist einer. Äh, was? Scheiße, ich bin... Da hinten. Bist du das da hinten? Nein, das bin ich nicht. Scheiße. Er rennt weg. Ich kill ihn mal. Ah, gut, Theo, man. Sind die schlecht oder so? Ja, scheint schon. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Alter! Das ist einfach so unnormal. Wahrscheinlich ist gerade eine Verschwörung. Wir kämpfen einfach zu zweit gerade gegen Bots. Alter! Ich hab so viel Essen. Ich hab das so nie... Wieso nehme ich das nicht auf? Warte mal. Steinschwert. Ich hab ein Stein... Der ist... Wollte ich auch gerade fragen. Wieso nimmst du das eigentlich nicht auf? Hab ich doch. Oh, Goldschwert! Das nehm ich mal. Das hat, äh, Schärfe 1. Hä, der hat das verzaubert und der hat sich benutzt? WTF? Was geht denn bei dem? Wahrscheinlich hat er dich nicht gesehen oder so. Hat sich gefragt. Hä, was ist denn das jetzt? Und dann... Oh, Scheiße. Ich hab dann... Ich hab ja Krebs und dann... Er hat sich gedacht, oh, Scheiße, jetzt hab ich Krebs, jetzt sterb ich sowieso. Ja, dead. So. Ich hab Level 1. Ich könnte jetzt verzaubern. Naja. Du könntest das Schwert von mir verzaubern. Äh... Ja, könnte ich, aber wieso sollte ich? Hey! Nein, mach ich... Ja, wenn wir eins finden, dann kann ich ja machen. Okay. Aber man merkt schon Unterschied zu den anderen Survival-Game-Servern, dass einfach die ganzen Kisten immer voll sind. Irgendwo. Ich hab Goldstiefel. Das war gut. Das darf man halt... Brauchst du Goldstiefel? Äh... Ah, nein, ist einer, nein, ist einer. Äh... Ja, stimmt. Ich dachte, ich will Team-Up... Team-Up machen, oder? Oder guckt der jetzt nur so? Also ich... Ach, das ist das! Das ist... Salben! Okay. Push mich! Ich will jetzt gar nicht mit den Bogen schießen. Ah, egal. So. So viel dazu. Äh... Kettenhauber? Wieso sind wir so OP? Da frag ich mich auch grad. Wir sind halt, äh... Gut. Ach ne, Moment. Wir sind well equipped. Wir haben irgendwie... Also so schlecht sind wir grad echt nicht. Vielleicht könnt man sogar... Vielleicht könnt man sogar im letzten... Nochmal gewinnen. Nein, 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 nein. Zwei Leute. Okay, okay, okay. Ähm... Ich versuche erstmal mit dem Bogen. Oh, scheiße. Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Da. Da kommen welche. Da kommen welche. Da kommen weiter. Kommt einer. Ah, warte. Ah, ah, ah. Scheiße, ich kann dir nicht helfen. Ich hab ihn, ich hab ihn. Nein, ich warte. Nein, scheiße. Du musst mich spektaten. Ähm... Okay, meine... Der hat ein Diamantschwert. Der hat ein verficktes Diamantschwert. Ich fasse es nicht. Oh. Da erfreut man sich grad, dass man so OP ist und dann... Ich hab ein Diamantschwert für Schärfe 1. Ich fasse es nicht. Alter. Alter. Wenn ich jetzt nicht gewinne, ne? Dann fasse ich einen Besen. Ja, die sind beide auf mich draufgegangen. Konnten die nichts machen mehr. Hacker? Was? Moment. Was heißt? Gaming, Walrus, Hacker. Ne. Also, keiner von uns, oder? Der... Alter, der hat dich als Hacker beschimpft. Wer? Der... Dieser Walrus hier, der am... Erstes getwittelt hast. Der hat... Der hat... Der hat... Ich hab ein... Ich hab ein... 21 Moos Rindfleisch. Milaki. Ja, du hörst jetzt meine ganzen Sätze, ne? Du kannst... Ich hab ne Menge Sachen, ja. Genau. Du könntest erst mal, ähm, die... Meine Rüstung da... Stimmt, ich könnte ein paar Teile von dir nehmen, ne? So... Frankenstein-mäßig. Wieso bin ich jetzt... Oh... Ich bin nicht mehr auf dem Server, irgendwie. Du kannst... Ach so. Oh. Weißt du noch, welche Lobby wir fahren? Äh... Oder 10? Oder irgendwas? 50? Ich weiß es nicht mehr. Ah, 30. 30, genau. Vielleicht hast du es dann noch um mich zu spektaten oder so. Ja, um dich zu ghosten. Ghosten, genau. Aber ich weiß nicht mehr, welche Lobby du warst. Also welchen Server da. Äh... Du bist... Du bist doch auf einem draufgegangen, dann bin ich nachgejoint. Automatisch. Äh... Nils Player, 55 Blöcke entfernt. 44, 45, 46... Nein, hier... Ach so, das stimmt ja. Zeigt da der Kompass drauf. Kannst du, wenn du auf Tab drückst, das sehen? Welchen Server du bist? Äh... Das steht nicht irgendwo. Ah. Leider. Aber ich nehme er auf. Äh... Okay, das war der Shopper. Hier ist noch eine Kiste. Da ist nichts drin. Oh, fuck Deep Freeze. Oh, scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Wenn das jetzt nicht gewinnst, dann rass dich aus. Ja, mit einem Schärfeinzieher, manchmal könnte ich das echt noch schaffen. Aber ich meine, ich... Ich... What? Oh, das war halt doof, ey. Ich habe den Ausgang nicht gefunden und dann kamen die zwei auf einmal. Und dann konnte ich nur eintreten. Ich glaube, da wurde gerade ein Kerr von seinem Teammate getötet. Und die waren irgendwie nur per Chat aktiv oder so. Oh, noob. 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 Eigentlich ist es immer gut, wenn man ein Team... Und dann... Scheiße, scheiße, scheiße. Nein, wenn ich das jetzt fehle, ne? Fuck. Alter, fuck. Hä, wie soll ich... Hä, wie soll ich das denn schaffen jetzt bitte, hä? 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 Ich... Ich komme nicht auf den Berg drauf. Und der wird gerade von einem Deep Freeze gefangen. Hä? Wie soll ich das denn schaffen? What the fuck? Oh, scheiß Spiel, ey. Oh, ich f*** an die Wand. Das gibt's doch nicht. Bist du jetzt tot, oder Mann? Ich bin Zweiter gewesen. Oh. Oh. Oh, ich fass das nicht. Weißt du, für diese Leistung, äh, hast du schon, äh... Prökel verdient, ja. Ey, was? Ja, oder? Alles habe ich für dich getan und dann verkackst du. Oh, scheiß Spiel. Oh, ich... Oh, ich... Oh, scheiß. Ich zerfrecke ich in die Luft. Okay, ähm... Ja. Na geil. Was für ne... Komplett... Oh, ich hätt's... Ich hätt's echt noch schaffen können. Das ist doch total... Scheiße. Ich werd natürlich das... Dieses Mal gehst du vor.